In den letzten Koop-Chaos-Folgen haben wir erfolgreich feststellen können, dass man uns definitiv keine Küche anvertrauen kann und definitiv kein Raumschiff. Aber wie sieht's aus mit dem gesamten Universum? My Little Universe. Ja, und so sitzen wir wieder hier. Schöne Anmod. Das war super. Ich frag erst einmal, möchtest du die Anmod machen? Und sie sagt immer, nein, nein, du machst das ganz toll. Und dann mach ich die Anmod. Genau, heute haben wir keine Challenge bekommen. Heute haben wir uns dagegen entschieden eigentlich. Also nicht, dass es sich eine gäbe, sondern wir haben uns für ein Spiel und gegen irgendein anderes Spiel und eine Challenge entschieden, weil wir gedacht haben, ey, lass mal reinschauen in dieses My Little Universe-Ding. Aber selbst wenn wir keine Challenge haben, wie bei Thief Simulator, verkacken wir halt trotzdem. Ja, genau. Habt ihr vielleicht Thief Simulator schon gesehen für uns? Wir haben das gerade eben vorher aufgenommen und es war wirklich schlimm. Also für mich war, ich fühle mich richtig scheiße jetzt sogar. Ich hätte auch gerne diesen ersten Auftrag noch. Ja, deswegen. Also vielleicht dürfen wir nochmal spielen. Hast du schon mal was zu dem Spiel gesehen oder gelesen? Denn es wird nämlich geschrieben, gestrandet auf einen kargen Mond, nur mit deinen Werkzeugen, einem treibstofflosen Schiff und den himmlischen Schaffenskräften, ist es dein Schicksal, das einst verlorene zu erneuern und der Held deines eigenen kleinen Universums zu werden. Lade bis zu drei Freundinnen in den Splitscreen-Koop-Modus ein. Da wir leider keine Freunde haben, haben wir Kollegen benutzt. Und da wir beste Freundinnen sind, sitzen wir wieder hier, wollte ich sagen. Okay. Bis auf das weiß ich auch noch nicht, was es ist, aber Anton meinte, es ist super. Also rein ins Ding. Ich fand auch, es sieht cool aus irgendwie so. Mit unseren kreativen Schaffenspässen. Sind wir jetzt beide Player 1? F zum Teil nehmen, okay. Was könnte das? Drüber A. Oh Mann, jetzt bin ich Player 2! Nee, ich will nicht so aussehen. Ey, wir können ja nur rot aussehen. Ja, und orange. Also ich bin dann orange, ja. Okay, dann bin ich Gott sei Dank doch Player 2, weil rot ist viel schöner. Okay. Automatisch abbauen, automatisch angreifen, zum abbauen gedrückt halten. Automatisch oder gedrückt halten? Haben wir gedrückt halten. Ja. Ja, ja. Ist ein bisschen interaktiver. Ja, bin ich auch. Okay, ich bin rechts. Einfach Lava direkt. Okay, was muss ich... Ich kann nix gedrückt halten. Ich auch nicht, vielleicht hätten wir doch automatisch... Redet die Kamera. Okay, beide. Bewege dich auf die Axt zu. Okay. Oh, für alle, die so ein bisschen Motion Sickness haben, I'm so sorry, aber es ist halt hier. 30 Holz. Okay, aber irgendwie ist es ein bisschen süß, oder? Schon. Also ich glaube, wir haben jetzt halt noch keine Welt und irgendwann haben wir eine Welt. Das hast du so gut erkannt, ja. Boah. Alter, Rakete halbfertig. Hä? Ist ja quasi durch. Hallo, kann ich auch mal was bauen? Chill doch, wie viel Holz hast du gesammelt? Ich weiß es nicht. Mann ey, reicht doch. Das ist irgendwie geil. Oh, sorry. Ich hab dich ein bisschen... Lass mich jetzt auch mal was... Ja, dann geh doch da hin. Wo denn? Ich weiß doch nicht, wo das Down ist. Ah, aber der wechselt automatisch die Waffe, okay. Oder Waffe, Werkzeug zumindest. Die sind einfach. Du nimmst halt... Weißt du, unsere Ressourcen gehören uns zusammen, aber du gibst alles aus. Sorry. Was müssen wir... Also wohin? Was müssen wir machen? Wechsle das Werkzeug, indem du Y drückst. Okay. Nenn weiß bestimmte Werkzeuge, sind bestimmte Ressourcentypen effizienter. Das hab ich mir fast gedacht. Ja, jetzt? Ich baue ein... Landkachel. Ah, so ein Ding. Hier, guck mal, geh mal hier hin. Ja? Ich geh hier hin. Ich geh über den Vierecken nur hin und drückst A. Wow. Das war ein bisschen cool. Okay. Halte B gedrückt. B? Oh, Powerangriff. Boah. Oha. Cool. Was war das? Das war oben rechts so ein nutzesspezieller Angriff. Quellenkerne werden benötigt, um Portal und Raketen anzutreiben. Rein mit den Quellenkernen. Ist drin Teilnehmung. Ja, fertig. Ach so. Hallo Mara. Schön, dass du uns in Vestoff aufnimmst. Freut mich. Schön, wieder hier zu sein. Ich nehme das fest auf. Das war fast so schön wie das Sci-Fi, wo wir uns dreimal hintereinander verpassen. Boah, das war echt schlimm, ey. Da hatte ich irgendwie so... Mein 3D-Scanner war da irgendwie kaputt im Kopf gerade. Ja, meine auch. Ich wusste nicht, wo Raum ist. Schön. Ich wollte eigentlich nur eine Handbewegung machen. Ich weiß, aber ich dachte dann. Ja, ja. Und dann wird's awkward. Und dann wird's richtig schlimm. Und dann mussten wir einschlagen, damit es nicht mehr so awkward ist. Und dann wird's noch schlimmer. Ja, ich weiß, was du meinst. Raffiniere Holz. Cool. Ich halte mal gedrückt. Okay. Bam! Direkt eine Garen-Ult hier. Nee, eine Garen-E. Äh, wir haben jetzt raffiniertes Holz. Ist es schlauer als vorher? Das glaub ich schon. Okay, aber irgendwie ist es cool. Also ich kann mir vorstellen, dass man... Ich mag ja so Survival-Games. Chill kurz. Hm. Das ist geil, ne? Ja. Gebe ich direkt mal aus. Chill. Jetzt konnte ich das hier nicht fertig bauen. Ah, sorry. Hier, ich hab... Du kannst wieder hingehen. Bauch. Erstmal kurz meine Garen-E. Bam! Oh. Ich mag den Look, auch wenn er irgendwie so sehr einfach ist. Irgendwie find ich's cool. Ich auch. Ich mein, geht's jetzt einfach nur darum, dass wir von... Von Land zu Land oder von Erde zu Erde... Planet zu Planet reisen und immer wieder eine neue... Dings bauen und so? Was ist denn das hier? Wir wenden. Wir haben nix davon. Von diesem raffinierten da. Brauchen wir das denn überhaupt? Ja, 25 davon, ja. Ja, wir brauchen noch sechs raffinierte Bilder. Du kannst raffinieren. Ich hol hol Holz, ja? Okay. Oh, wir haben auch richtig viel. Mach nur so viel, wie wir brauchen. Wie viel brauchen wir denn? 25, glaube ich? Aber plus sechs. Level up. Erhöhe den Schaden deiner Schwertfähigkeit. Hab ich ja noch gar nichts. Mach mal die Achsfähigkeit. Schwert ist bestimmt auch cool, aber brauchen wir nicht. Hä? Wie hast du das gemacht? Ja, ich war level up. Du bist ja noch nicht level up. Drück mal runter auf Kreuzdings runter. Da ging es nämlich bei mir. Booster. Alter, ich will auch ein level up haben. Ja, nur die, die fleißig arbeiten und nicht immer nur ausgeben kriegen, ein level up. Ich bin hier stark beschäftigt. Ah, jetzt habe ich ein level up. Und da kriegt man dann so neue Kacheln. Geil. Erinnert mich ein bisschen an Dorfromantik auch. Weißt du, was ich meine? Mit den Kacheln so. Ja. Ja. Ich war übrigens letztes Wochenende auf der Spiele in Essen. Mhm. Und da habe ich mal so ein paar neue Brettspiele für vielleicht du bist und so gesehen. Und ich dachte mir wieder, was für coole Weihnachtsgeschenke eigentlich so Brettspiele sind für die Familie. Ja. Vor allem gerade, wenn man da eh zu Besuch ist irgendwie mal wieder. Und dann kann man die direkt ausprobieren. Kannst du mal aufhören, mit deiner Axt hier umher zu schwenken, ey? Sorry. Ich mache hier mal ein neues Raff in hier des Hauls. Fand ich sehr, sehr cool. Da habe ich auf jeden Fall ein paar im Auge. Aber ich habe Angst, dass irgendjemand zuschaut. Also sage ich es nicht. Also ich bin ja auch großer Ferd... Oh, ich habe ein Schwert gefunden. Wir haben jetzt ein Schwert. Oh! Lol! Kommst du klar, Mann? Oh, das ist irgendwie cool. Aua! Ich komme! Oh, du kannst mit dem Schwert auch einen Powerangriff machen. Oh Gott. Ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Das habe ich gerade aus Versehen. Ähm... Wieso? Weil es bei mir auch zu Schwert gewechselt ist, obwohl ich gar nicht da war. Ähm... Wow. Ja, wir haben... Äh... Ich war großer Fan von dem... Äh... Witcher-Spiel, was wir hier gespielt hatten. Das haben wir nur privat gespielt, ne? Und noch nicht auf dem Sender, oder? Ja, nee. Aber das ist ziemlich geil. Das ist echt krass. Aber es ist für den Sender immer so ein bisschen ungeil, weil man so viel vorerklären muss. Es dauert halt ewig, ja. Man muss uns mega erklären. Und man verliert da, glaube ich, die Zuschauer relativ schnell. Aber für die Brettspiel-Fans da draußen und die da gerne mal ein bisschen tiefer gehen äh... Und über UNO hinaus... Da ist The Witcher, The Board Game, eigentlich echt geil. Ja. Ihr habt das ja letztes Mal nochmal weitergezockt, oder? Mhm. Also es war eigentlich nur eine neue Runde von vorne mit einer neuen Erweiterung. Geil. Aber war cool. Ja, ich fand, ohne die Erweiterung fand ich es aber ein bisschen besser, muss ich sagen. Und wir haben ohne gespielt. Genau. Ah, okay, ja. Du hast schon wieder alles Raffiniertes ausgegeben. Hab ich nicht. Ach so, hey? Aber warum ist hier nur so drei von... Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Ach, das kriegt man von umgelegten Gegnern, glaube ich. Wovon redest du? Von Stein? Nee, von den goldenen, runden Dingern. Das ist raffiniertes Holz. Nee. Doch. Raffiniertes Holz ist viereckig. Das ist rund. Ah. Naja, rund würde ich jetzt so ein Sechseck auch nicht bezeichnen, aber... Keine Ahnung, vielleicht brauche ich auch eine Brille. Ich brauche auf jeden Fall wieder stärkere Kontaktlinsen. Aber ich mache es auch ein bisschen, wie Florentin will. Verbessern Spitzhacke. Ich will meine Spitzhacke verbessern. Cool. Wie geht das? Äh, kannst du da an dem Ding mal... Ah, man braucht noch ein bisschen Steine. Ja, ja, ich mache das gerade. Okay, dann lass mal sammeln. Ich habe schon alles, äh, vorbereitet hier. Bam. Yes. Geil. Kannst du das nochmal? Ach nee, wir kriegen die beide, oder was? Ah nee. Ja. Doch, cool. Ja, unsere beiden Spitzhacke. Ja, das ist cool. Ey, das kann man bis zu drei Freunden spielen, also zu viert. Aber, was ist der Sinn? Also, ich verstehe... Also, worauf arbeitet man nicht so, oder? Ja, genau, richtig. Aber, oder es ist einfach nur so ein cozy Aufbau-Game, wahrscheinlich. Das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich. Aber wir müssen ja... Was ist der Sinn? Ich bin halt philosophisch veranlagt. Ich brauche einen Sinn. Ja, also, unsere Rakete ist ja jetzt hier. Tuh, stimmt. Vielleicht müssen wir aber auch einfach nur die Welt neu bevölkern. Müssen wir dann Liebe machen miteinander? Ich weiß nicht, funktioniert das mit Gelb und Orange? Was gibt denn Gelb und Orange? Da habe ich mich auch gerade gefragt. Ah! Mein Blatt! Puh, kleiner Wichser. Geil, Sechseck. Und vor allem möchte ich auch so coole Skins haben. Nehmt mein Geld. Ja, ist echt so. Ich würde auch cooler aussehen. Ja, irgendwie sieht man wirklich scheiße aus. Vielleicht haben wir irgendwann so automatisierte Sachen, die uns das Holz von alleine abbauen. Oh, Alter! Der wieder sich angeschlichen hat. Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen, dass sowas kommt. Ich habe Gold gefunden. Was ist das? Wieso kann ich damit nichts machen? Ah, guck dir das an! Alter, ich habe richtig Gold gefunden. Da hast du natürlich direkt ein Level Up, ja. Boah, hier kommen 100 Steine rein. Hier gibt es bestimmt was richtig Krasses, wenn man die hat. Die wachsen auch sehr schnell wieder nach. Okay, in jeden Fall. Ich habe zwar noch keinen Giftschaden, aber okay. Das ist ein bisschen RPG-mäßig auch, ne? Mit diesen Level Up so. Ähm. Warte, wo wollte ich hin? Wo war denn das? Da, hier. Das hier mache ich jetzt. Da ist bestimmt was Krasses, ne? Gib jetzt unser Geld aus. Ja, ja, mach mal. Verwenden. Händler. Ui. Ach, wir können jetzt Holz gegen Geld verkaufen. Das ist ja geil. Guck mal, hier 100 Steine. Das muss bestimmt was Krasses sein, was ich hier kriege. Mach mal, ja. Oh. Alter, warte. Ich eile. Ja, aber wie ging der Powerangriff? Habst du wirklich vergessen? Oh, ich bin fast tot! Ah! Hilfe! Yeah! Nein. Teamwork. Das war wirklich cool. Auch Gold gefunden. Geil, du musst es schlagen. Ah. Boah. Mega. Level up. Okay, nice. Dann baue ich mal mit hier Stein ab. Stoffwechsel. Pazifist-Monster werden keine Angriffe starten. Vor allem, du hast jetzt auch ganz andere Auswahlmöglichkeiten als ich. Das Sammler aller Kristalle. Boah, ich finde aber Stoffwechsel plus 20 und Pazifist ziemlich krass. Monster starten keine Angriffe. Ja, das ist geil. Ich mach das mal. Auch wenn ich dieses plus 20 auf 7 mich krass fand. Aber dass sie mich nicht sofort angreifen, ist irgendwie cool. Ah, Spitzhack ist noch relativ teuer, ne? Ja, die können... Also, ich weiß auch nicht, was das dritte ist. Weil das dritte ist... Haben wir noch nicht, oder? Ja, haben wir wahrscheinlich nicht. So was Liedernis. Lass erst mal hier bauen. Kann ich irgendwie schneller laufen? Ja, kann ich wirklich. Okay, ja. Alles klar. Wie? Äh... Du musst den linken Stick reindrücken. Ah. Ah ja. Nice. Angenehm. Okay. Ich baue hier mal hier weiter. Oh, was ist das? Okay. Aber wir müssen 50 Steine raffinieren. Oh Gott, ja. Du hast gerade die, die ich gerade reingemacht habe, wieder rausgemüht. Sorry. Ist nicht schlimm, aber sag einfach, dann weiß ich, dass ich welche nachwerfen muss. Oh, wir müssen auf jeden Fall mehr Steine holen, sonst reicht's nicht. Ja, ich bin gerade dran. Eigentlich macht der Powerangriff viel mehr Sinn. Wir müssen nur 10. Nice. Ui. Hier können wir eine Spitzhacke ver... Ähm, die Achse verbessern. Achse verbessert. Mach mal. Habe ich, habe ich, habe ich. Oh. Äh, dich greift den Typ an? Oh. Habe ich gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Gut, dass du sagst. Platz. Weil mich greifen die nämlich nicht an, das ist geil. Okay. Ähm. Also, es weckt schon meine Neugier, was so als nächstes von der Plattform kommt. Wie viel haben wir denn davon? Woher weiß ich denn, wie viel... Ach, eins haben wir. Wieso denn nur eins? Von was? Weil ich habe gerade ein paar ausgegeben. Ja, aber ich wollte doch... Ich brauche 60 davon. Ja, Entschuldigung, ich habe vorher angefangen. Alter, jetzt greift der mich schon wieder an. Pizza. Oh, irgendwie ist das Pazifist-Ding irgendwie ganz geil. Ja, vor allem du gräbst die alle aus wahrscheinlich. Nee. Doch. Schlimmer als Mario Kart hier. Du gräbst die alle aus. Und dann gehen die alle zu dir direkt. Boah, das ist irgendwie ein bisschen satisfying. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Holz darf da ausgeben, oder? Holz darf da ausgeben. Gib alles aus! Nee, ich will da nicht hin. Ich brauche mehr Stein. Alter, 100 Holz? Krass. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 34. Ja. Alter, du kleiner... Ficker. Woher kommt die denn her? Mir nicht. Die ploppen einfach auf. Aber eigentlich immer nur, wenn man eine neue Plattform oder so baut. Nee, bei mir gerade, als ich einfach so vor mir, als ich das... Alter, hau doch! Kommen die vielleicht aus diesen Schatzdingern? Ich weiß es nicht, aber ich... Wow. Ich schwöre die. Ey, irgendwie, ich finde es geil. Es ist irgendwie voll simpel, aber... Ich finde es ganz geil. Boah, was ist das hier? Keine Ahnung. Verwenden, null von... Ja, mit Sterne haben wir noch nicht, ne? Nee. Ach, dann kann man den Skin bestimmt haben. 44, ja. Ey, wenn wir diese komische Sterne haben, kriegen wir einen neuen Skin. Oh, geil. Mach mal. Du kommst nicht so schön. Ja, wir haben leider keine Sterne. Ich weiß gar nicht, wo wir die herkriegen. Ich hab auch keine Ahnung. Ich... I'm trying. Ach, sag mal. So. Haben wir es jetzt bald. Du riechst... Also... So, hab ich jetzt genug Scheiß hier. Damit kann man den Stein richtig schnell abbauen. Mann. So. Jetzt aber. Bin ich gespannt. Ach, das ist bestimmt auch sowas wie bei mir. Wir brauchen noch mehr. Oh, diese blauen, die sind bei mir. Die hab ich ja aufgeweckt. Ja, mach mal. Davon brauchen wir 150. Alter. Ach man. Ich dachte, hier gibt's neue blaue. Oh, wir haben kein Holz mehr. Ja, ich bin schon dran. Okay, ich mach blaue. Ja, mach mal blaue. Du machst Holz, okay? Ja, ich mach Holz. Geil. Arbeitsteilung. Boah, irgendwie huckt's mich. Ey, jedes Mal, wenn wir hier spielen, sag ich dir, also denke ich immer irgendwie dran, dass wir eigentlich zusammen im Stream oder so mal das weiterspielen müssen. Aber irgendwie kriegen wir es noch nicht geschissen, zu zocken. Ja, das stimmt leider. Das liegt auch an mir. Und an dir. Eigentlich liegt's schon an uns beiden einfach. Du fragst aber auch nie. Du sagst es aber auch nie. Doch, ich sag immer ja. Lass mal machen. Ja, kannst dich ja mal einladen. Was? Kannst dich ja mal einladen. Kann ich auch. Wie mich nach Zeit tragen. So, ich hab richtig viele blaue abgebaut. 150? Ja, geil. Ja, warte. Ach super. Ey, guck mal, das hier sieht aus wie so ein Stargate oder so. Sieht wirklich so aus, ja. Aber ich glaube, es ist bestimmt sowas wie hier, weißt du? Jetzt brauchen wir Lilane. Wo kriegen wir denn Lilane her? Das haben wir doch gar nicht, ne? Oh, hier können wir Schwert verbessern. Boah, 100 Gold. Warte, ich kann Holz verkaufen. Warte. Mach mal ein bisschen. Wir haben kein Holz. Doch, ich hab ein bisschen Holz. Ah, okay, nice. Ja, okay. Verkaufst du. Wie viel? Wir brauchen 8. Alter, ich krieg für 220 krieg ich 11 Münzen. Mach 8 nur. Ein bisschen Holz brauchen wir noch. Okay. Nice. Schwert verbessert. Yeah. Okay. So, ähm, Holz muss ich hier direkt wieder ausgeben. Hä, wo sind denn? Wo gibt's denn wohl dieses Lila, ne? Ja, wir müssen irgendwo mal weiter. 200. Ja, ich... Wir müssen irgendwo mal weiter anbauen, ne? Ich glaube, dass es halt hier weitergeht, deswegen... Also, nach Blau, weißt du? Oh, warte mal, ich brauche Holz wieder. Weil, ich dachte halt, wenn ich dieses blaue Erz entdeckt hab... Oh, jetzt greift er mich an. Ich dachte halt, weil ich das blaue Erz entdeckt hab, dass es... Weißt du, dass es da weitergeht? Ah, vielleicht geht's auch noch mal was weiter. Also, ich würde einfach mal versuchen... In alle Richtungen, ne? ...lexibel anzubauen, ja. Stimmt. Also, äh, sobald wir 25 Münzen zusammen haben... ...würde ich gerne noch mal da hinten anbauen. Brauchst du Münzen zum Anbauen? Ja. So viele? Krass. Oh, nee, ist wieder blau, glaub ich... Naja, Mann. Aber hier sieht's jetzt langsam neu aus. Ich brauche Gegner. Ja, perfekt, komm her. Sonst immer gehasst. So, fünf Münzen, ja toll. Ich brauche mehr. Warum ist dein Level höher? Ja, perfekt. Ja, nicht immer nur ausgeben, ne? Hä? Du, ich glaube, man kriegt es nur vom Ausgeben, ehrlich gesagt. So, zehn Münzen. Noch mehr. Mehr Münzen. Frag mich, wann wir diese komische Sonnenkriegen? Ich weiß es nicht, aber ich will das jetzt echt beschleunigen hier. Wow, ich hab mal etwas! Alter! Es da! Wo bist du? Komm zu mir! Ja, ich bin bei dir. Okay, warte. Schwert hier. Ich hab Schwert. Mein Schwert ist auch giftig. Oh, krass. Ah! Aua! Ich mach so Powerangriff. Sehr gut. Wieso hab ich denn jetzt... Jetzt, da greifst du den auch an, oder? Ja, aber wie geht nochmal der Powerangriff? B gedrückt halt. B. Oh, fuck. Vorsicht! Was passiert da? Okay, jetzt! Ja, du hast das super gemacht. Nice, danke. Aua. Hey, geht's voll weit weiter. Oh, du bist vergiftet. Aua, ja. Cool! Wir brauchen die blauen. Okay. Wir haben ja fast... Ach doch, 34 Gold haben wir jetzt. Der hat, glaube ich, ordentlich Gold gegeben. Ja, geh ich mal da hinten anbauen. Ausgeben, hä? Yeah. Warte, was brauchen wir denn für diese Kuschelanweiterung? Das wissen wir doch nicht, ne? Ah, doch. Alter, das ist ja übelst teuer. Ah, hier kriegen wir für Steingeld. Ah, okay. Naja, wir haben leider noch nicht von allem viel, also. Mann. Ich möchte eine Sonne haben. Was ist denn Y gedrückt halten? Kompass? Was soll das sein? Ui, guck mal. Kann man die Map einmal anschauen? Ja, ja. Wow. Ist das denn gemacht? Ähm. Y... Und Y gedrückt halten. Okay. Und dann rüber. Interesting. Schatztruhe sieht man da. Und da die Booster. Okay, cool. Oh, falsches. Geil. Geil. Gaia. Null von vier Sternen. Die kriegt man bis irgendwo in der Area oder so. Level Up. Schnelles Wirken der Fertigkeiten erhöht den Fähigkeitsschaden. Die Schwertfähigkeit steckt Gegner im Brand. Boah, das finde ich cool. Das finde ich echt alles okay. Aber ich nehme mal das. Ah. Geht so. Ich glaube, ich habe die lilaen Steine jetzt hier entdeckt. Ja. Okay, weil ich bin eh in deiner Nähe. Was soll es oder was soll es sein? Merkwürdig. Boah, also meine Neugier weckt das ultra krass. Was zwar als nächste Plattform ist und... Ja. Wäre schon sehr geil. Du bist so angegriffen. Ja, ja. Danke. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht sehe. Ich bin immer so konzentriert. Beim Abbauen. Oh, jetzt muss man das wieder runter machen. Okay. Strange. Runter machen? Ja, hier. Also man muss das immer abbauen, damit man da durch kann. Aber es geht jedes Mal wieder hoch. Okay. Ja. Ah, hier kriegen wir jetzt für blaue Geld. Oh, ich habe einen Stern gefunden. Cool. Geil. Wirklich cool. Okay, man muss das finden. Hier gibt es vier Sterne. Ja. Aua. Sorry. Und dann kriegen wir einen Skin, wenn wir alle vier... Ja. Oh, lol. Och man, jetzt ist das wieder hoch. Warte, ich halte es unten. Ich muss jetzt nur ausgeben. So, dann vielleicht einmal außenrum bauen, dass wir da nicht jedes Mal... Boah, hundert. Ui. Ich habe Feuer. Ui. Hundert. Boah, ey. Aber haben wir ja. Okay. Haben wir? Ja. Über 200 dann, ja. Das sind diese Neuen da, ne? Ah, haben wir auch genug. Boah. Ja, das ist einfach nur Stein. Ist das Stein? Ja. Aha. Ich dachte, das sind neue Sachen. Schade, okay. Schade, ich bin richtig konzentriert. Ja, ja, warte, ich auch. Obwohl es einfach nur abarbeiten ist. Es ist wirklich so, irgendwie macht man immer das Gleiche, aber irgendwie ist es geil, oder? Ja. Aber hier wird es richtig dunkel irgendwie auf diesem Planeten langsam. Ja, wieso? Ich glaube... Ach, kein Blau. Ist das jetzt so blau? Ja, irgendwie schon, ja. Ich will jetzt diese Lilanen haben. Wo kriegen wir die denn? Ich brauche Blaue wieder. Aber irgendwie wäre es, glaube ich, lame, wenn man das automatisch abbauen lässt, oder? Ja, das ist das Einzige, was man macht, irgendwie. Ja, es ist wirklich so, da hast du recht. Dann kämpfst du ja auch automatisch und so, weißt du? Wahrscheinlich, ja. Hä? Kannst du einfach nur stehen lassen. Dann rennst du ja nur rum, ja. Na, da finde ich das Manuelle schon besser. Ja. Alter! Lass mich doch und... Ja, jetzt kommst du nicht mal an den Schramm, ne? Mhm. So, ich habe ein paar Blaue gefahren. Ich dachte, nachdem man so einen Endboss hat, dass irgendwie was Geiles passiert, aber... Ja. Aber wir haben neues Gebiet. Ja. Oh, hier ist Gold. Oh, hier kriegen wir fett Gold. Da können wir, glaube ich... Können wir überlegen. Ne, 300 brauchen wir, glaube ich, um... Hast du mal ein Blaues Steine ausgegeben? Ne. Ich habe keine Blauen ausgegeben. Geht nur... Ja, ich habe noch einen Stern gefunden. Keil. Oh. Ich gebe nur Stein aus, gerade jede Menge. Geht jetzt nochmal Blaue farben. Blauen nervt, wenn man da jetzt mal hier wieder diese dummen Steinlinge abbauen muss. Damit man rauskommt. Und bis ich zurück bin, hast du das wieder ausgegeben. Ich habe Lila gefunden. Endlich Lila, nice. Oh, mein Vergneter. Wofür brauchen wir das? Äh, draußen waren noch Sachen. Ja, und für neue Plattformen. Ich brauche mehr Stein. Ja. Auch mehr Blau. Geil, noch mehr Lila. Boah, sieht richtig geil aus jetzt Lila irgendwie. Mmh. Und hier ist die Blauquelle, ist voll klein hier. Und ich habe keinen Bock weiterzulaufen. Ich bin irgendwie komplett drin gerade. Ich auch. Das ist so richtig... Da kann ich mir vorstellen, dass man das so sieben Stunden am Stück... So meditativ irgendwie... Ja, und wenn man dann mal aufs Klo geht dazwischen, dass man dieses Spiel vor seinen inneren Augen sieht. Ja, so wenn du abends schlafen willst, dann ist es einfach noch, wie du irgendwas abbaust. Ah! So stelle ich mir dieses Spiel vor. Oh, hier kannst du vor allem auch schlecht rausrennen, wenn man da erst Sachen abbauen muss. Ja. So. Alter. Verwenden. So, was geht jetzt ab? Mr. Fish's Lad. Das haben wir nicht, ne? Mächtig. Ja, wir können Buffs kaufen. Aber was soll das für... Und einen Charakter. Was ist das für eine Währung? Wir brauchen auch nur 25.000 Tropfen. Ja, gut. Tropfen, wir haben nicht mal einen. Hier, ich kann jetzt angeln. Ja, und angel doch mal. Ach, du Scheiße. Um Gottes Willen. Uh, was ist das hier? Ich glaube, das ist ein Raid. Guck mal. Ich kann nicht gucken, ich angel. Ach so. Oh mein Gott. Rhythmusgefühl. Minus drei. Ja. Ach so. Nice. Ey, geil. Der Schwerfisch ist nice. Ah, da kriegen wir Tropfen. Alter, der Schwerfisch... Komm mal her, ja. Hast du gesehen, wie viel der gewogen hat? 97 Kilogramm. Relatable. Oh, ich weiß, ich habe ihn nochmal gedrückt. Okay. Ich habe doch B. Nee, ich angel das jetzt noch. Und so einen geilen Fisch. Oh man. Mach du doch. Also, ich habe es gesehen. Aber ich will da nicht alleine in den Raid. Ja, warte. So, ich bin fertig. Klauenfisch. Klauenfisch. Der ein Kilo... Sieht ja. Sieht ja. Okay. Ja, wo bist denn du eigentlich? Wieder zurück. Alter, hier sind ja überall Gegner. Wo kommen die her? Du bist einfach... Ähm... Na, in der Höhle noch. Ach so. Der Player Two da. Der Player Two. Ja, warte, ich komme. Ich muss mich jetzt halt erstmal wieder hier durchkämpfen, ne? Jaja, ich mache schon mal die Monster hier auch weg. Aber ich dachte mir, Raid ist cool, hatten wir bis jetzt noch nicht. Hallo, wo ist meine Spitzhacke? Schwertangriffsgeschwindigkeit, schnelleres Wirken, Spitzhacke, Sammlergeschwindigkeit. Die lilanen Dinger hole ich aber noch mit. Bevor ich jetzt die hier komme. Der wechselt aber trotzdem automatisch zu dem richtigen, ne? Echt? Ja. Was ist bei mir gekommen? Ja, vielleicht habe ich nur nicht drauf geachtet. So, wo bist denn du? Alter, auf jeden Fall... Ja, hier, lauf weiter. Stein haben wir jetzt genug. Ja, die ganze Zeit hier. Komm mit. Ja. Ja, ich wollte sie... Genau deshalb wollte ich sie abbauen. Okay. Lass raiden. Okay, ich hätte wahrscheinlich auf dich warten müssen, warte auf andere Spiele. Okay, bin gespannt. Mal schauen, was hier jetzt los ist. Okay. Andere Welt oder was? Hey, Valentin, ne? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanz Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha. Danke. Sie haben jetzt auch direkt das Schwert rausgelassen. Ah, ja, jetzt. Aber ich hab doch, dass die brennen. Ui. Also so richtig herausfordernd ist es bis jetzt noch nicht, ne? Nee, das ist halt eher so ein Cozy-Game. Ja, ja. Nice. Okay, hier kriegen wir eigentlich dann, wie viel Geld wir jetzt haben. Kopfgeldjäger gewährt 30% zusätzliche Münzen pro besiegte Monster. 30. Erhöht den Wirkungsbereich der Schwertfähigkeit. Hier geht man wahrscheinlich wieder raus, oder was? Ich glaube, ich gönne uns mal mehr Geld. Wobei, mehr... Ich mach mehr Max-LP. Ich kann mal wieder gehen. Einfach das war's. Das war der Dungeon. Wow. Ah, die... Vielleicht werden die ja noch ein bisschen. Ja, kann sein, ja. Das war ja auch unser Ernst. Oh! Ah! Hallo, chill doch. Wir müssen uns ja auch nicht direkt wieder... Alter, hier ist auch direkt voll. Hier sind auch noch zwei. Was zum Teufel? Ich müsste aus dieser Höhle wieder raus. Ey, das macht mich kaputt, dass ich die ganze Zeit nur Höhle sehe. Ja, ich will wieder zu meinem Ausgang da hinten. Da war nämlich neues Zeug. Ja, ich muss ja mal kurz hier wieder... Ähm, raffiniertes Holz. Würdest du am liebsten... Welches von unseren... Oh, hier hab ich jetzt mal zwei unserer Sonnenreihen übrigens. Okay. Ich wusste nicht, dass... Naja, egal. Ähm... Welches von den Werkzeugen hättest du am liebsten geupdatet? Ähm... Pff, wahrscheinlich die Spitzhacke, oder? Ja, schon. Brauchen wir echt oft, ne? Spitzhacke oder Axthals. Ach, die ist auch relativ billig. Die braucht ja gar kein Ding. Okay, dann mach ich da mal ein paar raffinierte... Ja. Holz und Stein. Das mach ich mal. Wo war denn das raffinierte Steinzeug? Ah, da sind die Lidernen. Kannst du mir noch 25 raffinierte mehr machen, bitte? Ja. Thanks. Ah, guck mal. Das ist, glaub ich, unsere Main-Aufgabe. Dieses Ding zu bauen. Ja, 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 da war ich ja auch schon. Das hab ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt brauchen wir 150 von den Rosanen. Ah, die haben wir noch nicht, ne? Ach, da bist du ja. Hallo. Okay. Ich bin im Kreis gelaufen. Yep. Geil. Geil. Und ich dachte schon, das wäre eine neue Rakete. Und dachte so, müssen hier zwei gehen. Oh nein, jetzt hab ich ja die... Kannst du noch mal die Lilanen entfarmen, bitte? Ja. Weil ich wollte die... Jetzt hab ich die für das Portal ausgegeben, statt für die Hacke. Alter, das... Also die Eingangssteine hier nachwachsen. Das nervt total, ja. Oh, hier kann man auch... Ach, das war, wo du geangelt hast. Okay, ich verstehe. Ja. Oh nee, da hinten hab ich gar nicht geangelt. Ich hab hier geangelt. Weiter weg? Ah, okay. Cool. Kann man hier angeln, auf jeden Fall. Ja, äh, guck mal, ich hab Lila jetzt. 140 machen wir nicht. Machen lieber ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob die... Ja, ja. Ja, das braucht zweimal 140. Zweimal? Ja, 280. Bessere Hacke hast du jetzt, geil. Geil. Oh, die nächste ist schwarz. Okay, das... Und die sieht aus wie das Batman-Lofen. Ja. Geil. Alter, so schnell können die Kristalle nicht nachwachsen, wie ich die platt mache. Ja, kann ich irgendwie helfen oder so? Ich hol mal blaue, aber wahrscheinlich auch gleich wieder. Äh, zweimal 140 hast du gesagt, ne? Bis jetzt. Jetzt noch mal... Ah, nice. Oh, fuck. Dann mach ich uns... Ach, Holz reicht noch nicht. Ähm, wo war denn... Ach, hier. So, ich hab jetzt genug Lila ab und Rot. Danke, blau. Ich weiß, wie will die Ärzte auch nur so nach den Farben nennen. Hast du noch raffiniertes Holz, was ich benutzen kann? Kann ich das benutzen? Äh, ich raffiniere das jetzt gerade für neue Werkzeuge erst mal kurz. Wie viel brauchst du denn davon? Warte. 60. Okay, ich brauch 25. Ja, ich schmeiß alles rein, gerade an Holz. Geil, dann angel ich in der Seite ein bisschen. Geil. Cool, ey. Geil. Irgendwie, ey, ich weiß nicht. Ich bleib schon draufhängen. Ich hab auch Bock. Wie viel hab ich gesagt, brauch ich? 65. Okay. Ich kann noch mal ein bisschen ab und schmeiß es rein. Alter, ich hab besser geangelt als je zuvor und hab voll die Scheiße bekommen. Okay. Dann... Yeah. Bessere Axt haben wir jetzt auch. Warum krieg ich jetzt noch Kacke? Kannst du das restliche raffinierte Holz benutzen? Geil, danke. Wo war Schwert-Update? Hier. Ach, Schwert braucht auch wieder raffiniertes Holz. Ja, warte, lass mich aber meins benutzen, bitte. Ja. Aber ich will nicht nur angeln. Ich angel nur noch Clownfische. Hä? Hä, wo war... Ah, hier. Nee, hä? Alter, man kommt irgendwie auch ziemlich durcheinander in dieser Welt ein bisschen. Ich hab ein Skelett in der Seite freigeschaltet. Aber du brauchst jetzt auch dieses komische neue Erz. Das brauchen wir auch für unser Portal. Das rote, meinst du? Ja. Ja, das gibt's bestimmt hier irgendwo. Meinst du? Ja. Ich brauch Holz und Lila. 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 Lass nur noch Farben. Ja. Ja, das ist so gut. So, und ich update einmal unser Schwert noch und dann hab ich auf mit den Updates, aber... Alter, kann ich nicht einfach euch mal damit pissen? Yes. Schwert ist geupdatet. Geil. Boah, ey, die Schwarzen sehen so cool aus. Aber jetzt haben wir... Die Lila sind auch bestimmt krass jetzt erstmal. So, einmal kurz. Y die Welt. Wo könnte da Lila sein? Ich brauch mehr Holz. Ach, da steht sogar, was wir benötigen, glaub ich, um weiterzukommen, oder? Auf dieser Map-Ansicht. Ja, stimmt. Nee, da steht, was es gibt. Okay. Nee, was es noch braucht. Ich brauch noch acht. Nee, was es gibt. Bei, guck, bei dir, bei diesen... Da steht jetzt, dass wir Lila brauchen, aber der... Ja, aber da steht ja auch 28 Holz. Ja, okay, es steht beides da, was es gibt und was man braucht. Stimmt. Ja. Okay. Und ich glaube, dadurch, dass das jetzt die nächste neue Welt ist praktisch hier mit dem Strand... Dass da dieses Neue sein könnte. Könnte es hier Rot geben. Okay. Ich sammle echt lieber Holz. Hier ist Rot... Nee, das ist Lila wieder. Schade. Nee, das ist das Neue. Ist das das Neue? Ja. Geil. Wirklich cool. Gut entdeckt. Ich klatsche mal kurz die... Mops hier. Alter, die sind mittlerweile One-Hit, diese Mops. Ich möchte unser Portal weiterbauen. Wo ist denn das Lila? Wo hast du denn weitergebaut dafür? Ja. Bei dieser Angel? Ja, 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 ja. Ah, hier. Okay. Hui. Boah. Braucht man ja voll lang, bis man da weiterkommt, oder? Ja, deswegen. Ich brauche ziemlich viel Holz und ziemlich viel Lila, um weiterzukommen. Boah. Okay, Lila geht sehr langsam. Dann gehe ich mal lieber Holz. Oder auf Lila warten. Wo haben wir denn das 20... Ist das Rot? Nee, das... Doch, das ist das Rote, ne? Ja. Was du da hast. Ja, aber es ist halt nur das bis jetzt. Und das habe ich halt gerade auch in dieses Portal einmal gesteckt. Ja, deswegen baue ich gerade Lila und Holz ab, damit ich weiter die Karte aufdecken kann da. Okay. Damit wir mehr Rot haben. Ach, 150. Oh, ich brauche da für Scheiße. Okay. Boah, irgendwie cool. Also, ich bin auch voll into... Ja, oder? Ja, schon. Ist schon krass. Ich brauche mehr Lila. Alter, es wird einfach immer teurer hier. Ja. Ich hole Holz. Alter, ich habe gerade 30 Mal auf den eingeschlagen. Echt? Sonst sind die immer One mit... Mit dem Neun. Okay, ja. Wir brauchen Lila wieder. Ja, ich bin on my way. Alter, ich werde hier richtig bombardiert mitgehen können. Okay, zumindest kommt hier... Von hier einiges raus. Geil. Irgendwie dieses Pazifist ist ein bisschen chillig, weil die mich nie angreifen, bis ich die angreife. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich praktisch, weil das ist super nervig. Ja, ja. Man wird auch nicht überrascht, sondern die stehen halt einfach nur so rum. So, ich habe Lila abgebaut. Gucken, ob du jetzt weiterkommst. Ja. 150, ja. Ich glaube, aber warte, vielleicht bauen wir das gleich nochmal. Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, ja. Geil. Aber es gibt auf jeden Fall schon mehr. Ja, aber das dauert halt ewig, bis ich so viel Lila aufbeste. Ja, wobei, es sind nur noch 100, ne? Du hast gerade, gerade hast du irgendwie 200 oder so abgebaut. Ja, aber es geht halt immer weiter. Das ist praktisch, das Portal reicht es, glaube ich. 30 Lila noch. Nochmal. Yes. Geil. Jetzt haben wir auf jeden Fall viel. Geil. Oh, mega. Das dauert trotzdem noch ein bisschen Lila ab, bis ich jetzt mal Lila brauche. Ganz kurz, wie groß ist die Welt denn? Alter, die ist riesig eigentlich. Wow. Ich weiß auch nicht, endet das dann irgendwann, wenn wir alles erkundet haben? Das ist eine sehr gute Frage. Oder ob du dann auf den nächsten Planeten kommst, so ne? Ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass es noch einen Planeten nach denen hier gibt. Alter, das ist so funny, dass mich alle angreifen hier, die du stehen lässt. Die stehen lasse. Ja, kannst du von uns 20 mal ausgeben. Aber jetzt gehe ich mal kurz zurück und mach mal schnell das Portal. Wie viele brauchen wir denn dafür? Warte mal, gib mal noch nicht aus, bitte. Ja, ja. Weiß ich gerade nicht mehr. Ja, geil. Okay. Oh, da brauchen wir wieder 100. Ja. Ah, warte. 10 brauche ich. Okay, was ist das? Was sind diese goldenen? Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Nee, die haben wir noch nicht. Da haben wir null von. Oh Mann, bestimmt ist das letzte, was wir brauchen. Ich will jetzt auch wissen, was passiert. Ja, ich will auch wissen, was passiert. Ich will es auch wissen. Bestimmt neues Portal. Ja, ja, das kriegen wir hin. So lange kann das nicht dauern. Ich will, das ist es überhaupt. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich habe mich ehren gefunden. Vor kurzem keine Wille mehr. Ja, ein bisschen haben wir noch eigentlich. Also, wir sind schon nach 16 Uhr. Wir haben auch ein bisschen verzögert angefangen. Also, ich habe einen Stern gefunden. Und dann haben wir vier Sterne und du kannst deinen tollen Skin da. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr. Ach ja, hier. Ja, ein Stern noch. True. Wo ist denn der Strand jetzt nochmal von hier aus? Hä? Ich will laufen. Alter, hier. Geil. Ich frage mich, ob die Zuschauer irgendeinen Überblick haben über dieses. Ich habe gar keinen Plan. Wo man da ist und so. Das ist wirklich komplett crazy. Ich weiß auch gar nicht. Irgendwie. Das ist gar nicht, wie der Tag heute ist. Weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Spiel, was du auf TikTok siehst, während irgendwer eine Story erzählt. Ja, stimmt wirklich. Komplett. Au, du hast mich runtergestoßen. Oh, sorry. Läuf. Das war nicht mit Absicht. Och, Mann. Ja, ich bin dabei. Ich baue ab. Es hat nur eins gefehlt. Komm, ey. Wir brauchen nur noch diese goldenen. Oh, Schatz. Oh. Geil. Level up. Geil, wie du es vor mir abgebaut hast und du es level up da kriegst. Das Sammeln aller Kristalle wird erhöht. Sowas von. Oh, yes. Sowas von. Okay, das ist strong. Aber geht das für uns beide? Nee, das geht nur für dich, ne? Weil du hast ja auch kein Pazifist bekommen. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich kriege gerade nicht mehr. Habe ich das mit mir. Meinst du? Vielleicht gilt das nicht als Kristall, sondern nur die anderen. Keine Ahnung. Aber da steht aller Kristalle. Mann. Wo ist das Goldene? Du bist zu schnell irgendwie. Ich kann ihn nochmal zwischendurch wieder abgeben. Mach mal. Fehlt noch. Irgendwie nervt es, aber irgendwie findet man es auch ein bisschen geil. Also ich finde es geil, weil ich auch neugierig bin, was dann immer so kommt. Ja, aber man muss immer wieder. Aber dieses Warten, dass etwas nachwächst, weil das nur so eine kleine Quelle ist, ist schon ein bisschen nervig. Das stimmt. Uh. 25, glaube ich, jetzt war es Hammer. Das sieht so aus, als ob da hinten vielleicht neues Erde ist. Alter. Was ist das denn? Aber das ist auch wieder normales Holz und so. Aber glaubst du, hier könnte es das Goldene geben? Schon, oder? Ja, bestimmt. Ganz neue Dinge. Gut, dass wir Holz und Stein echt viel haben, tatsächlich. Ist das nur das, was man gerade braucht, oder was? Oh ja. Ja. Aua. Jetzt hast du mich unter... Oh, sorry. Dieser Powerangriff. Aber manchmal lohnt er sich. Haben wir echt viel. Stimmt. Wir sitzen so übelst weit weg, weil ich will mich hier so anlehnen. Du willst dich da anlehnen. Aber es ist halt wirklich, also es ist halt wirklich Cozy Game. Man chillt sich zurück und... Gammelt. Oh, der lebt noch. Ja, egal. Scheiße auch. Aua. Ich schlag schon jetzt extra in die andere Richtung. Alter. Wann endet es? Niemals. Was ist hier? Was ist das denn? Hier ist das Gold, glaube ich. Oh, das war eine Holz... Eine Steinkwelle, glaube ich. Oh, das ist Gold. Hier. Ich komm hier nicht mehr weg, glaube ich. Hier ist Gold. Geil. Ich komm hier nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Hä? Habt ihr euch das vorgestellt? Ach, man kann schwimmen. Wusstest du, dass man schwimmen kann? Ich hab's mir gedacht, weil ich bin schon mal ins Wasser gefallen und bin nicht besprochen. Wir brauchen 100 von denen. Alter. Oh, Föhn ist noch. Föhn? Ja. Da. Was ist das denn jetzt? Man braucht so... Keine Ahnung, Mann. Hä, und woher kriegen wir das? Oh, no. Aber es ist irgendwo in dieser Welt auch. Wir haben keinen Stein mehr. Wir müssen Steine abbauen. Oh, Mann, ey. Ey, es war so klar, dass noch mal irgendwas kommt. Ah. Oh, nein, ich wollte nicht angehen. Wir brauchen echt Stein. Hier ist ja Stein. Dringend. Ja. Oh, jetzt braucht man das auch noch. Ey, ich werd verrückt. Ja, ist mir geil. Jetzt können wir das noch zeigen. Wenn wir jetzt nochmal Lila brauchen und ich nochmal in diese Kackhöhle muss, dann krieg ich einen richtigen Anfall. Ehrlich. Oh, Mann. Oh. Hier, dich angreift, Leute. Ist ja nicht so, als hättest du ihn trotzdem angreifen könnten. Ich hab ihm einen Hit gegeben, dann war er zweit weg. Was brauchen wir jetzt? Wieder Holz an Stein. Ja, ist echt leer. Krass. Alter, wir hatten so viel Stein gesammelt und so viel Holz und wir haben gerade alles rausgekriegt. Ja, aber dafür sind wir richtig schnell durch diese Plattform hier durch. Das stimmt, das war ganz geil. Das Seufzen der Kollegen. Hey, hallo, warum hat er denn die Axt auch nicht? Bist du angegriffen? Verpiesel dich. Verpiesel dich. So, ich hab mich für Stein gerade gesammelt. Geil, gebe ich alles aus. Oh, geil. Oh, noch mehr Gold. Das ist halt gar nicht in Fact wirklich Gold, sondern so. Aber wir nennen es halt Gold, weil die Farbe ist Gold. Wir nennen auch mal jedes Erz nur nach seiner Farbe. Gelb. Das hört auch einfach nicht auf. Das ist voll schlimm. Das ist scheiße, aber überhaupt ein bisschen süchtig machen. Au. Wie bist du denn hinbekommen? Oh nein. Du bist gestorben. Du Arme. Hallo. Wir brauchen mehr, mehr Steine. Das ist halt deinem Scheiß. Hey, du gibst auch die ganze Zeit meinen Scheiß aus. Ich weiß. Bam. Okay, hier geht's wieder zu irgendwas Neuem, glaub. Boah, das ist wieder... Wie komm ich denn jetzt wieder zu dir hoch? Musst du schwimmen? Also, bei einer Stelle musste ich schwimmen, wirklich. Alter. Ah, nee, hier komm ich hoch. Hä? Wo muss man denn überhaupt weiter anbauen? Da bei der... Nicht bei der Brücke. Ach, hier. Hä? 400 Stein. Hm, ja. Aber wir haben fast 400 gehabt auch wieder. Alles leer, lol. Alter, wir hatten so viel Stein. Oh, da kommt ein Golem. Das Geräusch auch... Stein hat man auch sauschnell wieder. Guck mal, haben wir ja jetzt schon wieder. Ah, da ist... Wow. Zieh doch einfach übel. Bam. Riebig, aua. Nein, jetzt bin ich um. Entschuldigung. Warum hast du das getan? Entschuldigung. Sammelgeschwindigkeit... Ey, jetzt muss ich ganz außen rum. Sorry. Weil das so schneller geht. Meine Sammelgeschwindigkeit ist jetzt aber 10% schneller. Oh, kann ich jetzt damit aufsteigen? Pfeife! Wie kann man sich über so eine Scheiße freuen, ey? Mann, wir brauchen noch nur dieses dumme Golem. Ich will nur... Komm. Komm. Guck mal, die Welt ist riesig. Das könnte halt mal sein. Alter, das... Oh, shit. Okay, ja, das wird... Das wird wahrscheinlich ewig dauern. Aber wir haben das Portal eigentlich fertig. Darum hat man das so früh. Ja, deswegen... Vielleicht finden wir ja noch den Schild oder was. Ja. Und dann kann man ja gucken. Alter Schilde. Ich fühl mich auch so richtig, als würde ich arbeiten. Es ist echt so. Und ihr denkt, ja, was für ein cooler Job, wenn man ein Videospiel spielen darf. Nee, das ist Arbeit. Das ist pure Arbeit hier gerade. Wir müssen die ganze Zeit... Wie... Habt ihr 200 Erze abgebaut heute? I doubt it. Aber sind wir jetzt einmal im Kreis dann? Ich habe Angst, wenn ich da abbaue, dass es sich wieder runter wirft. Wir brauchen mehr Steinen. Schon wieder. Aufnehmen. Ui. Das war eine dicke Quelle, einfach. Was, bin ich hier unten, aber? Ich kann wieder hochlaufen. Oder ich schieße dich gleich hoch, wenn wir einen Stein grünen. Ja, aber ich muss ja eh runter wegen Steinen. Ja, ist gut. Man gibt's so richtig auf, einfach. Das ist irgendwie so ein... Das ist irgendwie frustrierend, aber irgendwie auch geil. Es fühlt sich an wie ein geiles... Einfach wirklich ein geiles Mobile Game, was du spielst, während du gerade vorm Fernseher sitzt. Ja. Irgendwie. Stimmt, ja. Aber es ist auch ein bisschen wie Animal Crossing, dass du irgendwie arbeiten musst, um dein Haus abzubauen. Ja, stimmt. Irgendwie ist es gerade so. Vibe. Ja, das ist das! Okay, oh my god, we did it! Was denn? Hier ist gerade Lava gekommen und ich stand mittendrin. Der Boden ist Lava. Ja. Ja, stimmt. Literally. Nee, ich will nicht angeln. Hey, ich weiß nicht mehr, wie es zurückgeht. Wo bin ich? Hey, hier kommt wird immer mehr Lava, glaub. Hier, komm, wir können teilnehmen. Ich... Chill mal! Ich weiß nicht, wie ich will... Ah, hier runter, glaub. Ja. Okay, ah, jetzt. Hast du gesehen, wie die durch das Tor gegangen sind? Ja, ja. Guck mal, das ist Gaia gewesen. Alter, 98% abgeschlossen. Dann Trollheim. Und dann noch ganz viel... Okay, wir gucken uns mal nur mal schauen, wie es aussieht noch, oder? Oh, ich finde es aber cool, dass wir das gepackt haben. Oh, guck mal, deswegen heißt es Trollheim. Alter, cool. Ey, der hat einen eingesperrt! Du bist ein Hohensohn, Alter. Ach, ich habe ihn vergiftet. Ja, sehr gut. Ich kann eigentlich... Brandt, aber irgendwie hat noch nie jemand gebrannt. Ich bin fast tot. Ich frage mich, ob es Franchi Fire gibt. Das habe ich noch nicht so gecheckt. Oh, ja! Was machst du jetzt? Das ist Mara irgendwie. Oh, können wir da jetzt coole Sachen kaufen eigentlich? Besserer Hut. Ja, der kostet ja 900. Das ist halt einfach. Ja! Mit Verbesserung. Easy. Guck mal, ich kann hier die Schnauze holen. Okay, das ist cool. Ah, nee, kann ich nicht. Ich dachte aber auch. Okay, ja, sollen wir mal Pause machen, ne? Ja, ich würde auch sein. Gespeichert das von alleine wahrscheinlich, oder? Ich schätze schon, ja. Oh, okay. Ja, Fazit zu My Little Universe. Also, ich finde, es ist so ein... Es wirkt ein bisschen mobile-gaming, finde ich. Ja, sehr. Aber irgendwie auf die cozy... Art und Weise, also so, dass du... Ich gucke das jetzt mal, ob das ein Mobile-Game ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie lange es sich trägt. Wie lange es sich trägt, ja. Wenn, dann würde ich es halt wirklich im Koop spielen. Safe, ja. My Little Universe, tatsächlich. Dachte ich mir. Ja. Und dann musst du wahrscheinlich nur mit dem Finger so tappen, damit die so laufen, weißt du? Ja. Ja, ja. Es ist wirklich im Mobile-Game. Witzig. Aber, also ich finde, also alleine so vom Fernseher okay. Kannst du auch machen. Ja, ein bisschen Lames auf der Auge. Aber, ja. Außer man macht wirklich noch was nebenbei. Aber wie viel Input willst du haben, so? Also ich finde, im Koop geht es, wenn du einfach mal so einen entspannten Abend haben willst und nicht so, ähm, hier Overcooked-Stress mit Freunden, sondern so cozy, dann geht das auch, ja. Stimmt, also ich fand es auch ganz geil. Aber für mich auch so die Frage, wie lange trägt sich das, ne? Also jetzt haben wir eine komplette Welt gespielt. Ja. Und dann vielleicht auch mal eine neue Welt mit neuen Ärzten. Aber ich weiß nicht, ey, das waren bestimmt zehn Welten oder so, die wir da noch gesehen haben, die kommen. Keine Ahnung, ob die zehn Welten lang bocken, aber an sich finde ich es auch cool. Also schön, dass wir es ausprobiert haben. Also es müsste halt mit jeder Welt ein bisschen mehr Abwechslung reinkommen. Ja, das ist halt die Frage, ne? Weil wenn es jetzt wieder einfach nur Erz abkloppen ist, um dann dahin zu kommen, wo du Erz abkloppt, damit du dahin kommst, wo du Erz abkloppt, damit du dahin kommst, wo du Erz abkloppt, und dann kommst du dahin, wo der Schild wieder ist, weiß ich nicht, aber... Ja, ja, ich verstehe es voll. Boah, ich bin irgendwie im Kopf gerade so richtig verballert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil das irgendwie so voll Fokus gewesen auf diese weirde Welt irgendwie, diese bunte weirde Welt, ja. Es war mal was anderes, keine Challenge. Entspannung mit uns. Weil Entspannung, ja. Es fühlt sich irgendwie sehr wie Kleber jetzt gerade an, ein bisschen im Kopf. Ja. Aber beide so richtig fertig, einfach... Ja, wir können irgendwie nicht mit Entspannung umgehen. Wir kennen irgendwie nur Stress und Panik und Zeitdruck. Deswegen ganz komisch dieses Spiel. Aber probiert es mal aus, wenn euch das gefallen hat. Vielleicht habt ihr ja Bock da mal mit eurem Partner, eurer Partnerin oder Freunden oder so, euch da mal einen Abend hinzusetzen, weil eigentlich war es ganz süß. Ja, fand ich auch. Und wenn euch sowas eh gefällt, so, dass man Ressourcen sammelt und weiter, dann könnte das was für euch sein. Ich glaube, falls wir wirklich mal diesen Podcast aufnehmen sollten, von dem wir irgendwann mal geredet haben, dann spielen wir das einfach nebenbei. Boah, das ist wirklich so... Wenn du so telefonierst, dann macht man das nebenbei. Und dann gibst du das gar nicht aus, sondern baust nur ab beim Telefonieren und am Ende hast du so übel viele Ressourcen. Boah, das mit dem Podcast habe ich schon ganz vergessen wieder, ey. Das sollten wir uns irgendwie mal... Das sollten wir uns mal wieder in den Kopf rufen. Aber du hast ja kein Mikrofon. Also wegen mir könntest du heute losgehen, so. Äh, du... Natürlich habe ich ein Mikrofon. Ja, das Eingebaute von deinem Laptop, oder was? Wie auf der Arbeit. Ja, okay. Also wegen mir können wir... Also sollen wir das mal echt machen? Ich finde es eigentlich geil. Wofür haben wir sonst ein Podcast-Studio? Stimmt. Ey, was wir in diesem Let's Plays immer besprechen. Das wäre schon so ein halber Podcast, hätte ich gesagt. Ja, ist true. Naja, gut. Schreibt uns einen lieben Kommentar am besten, wie cool wir sind. Nein, schreibt uns einen lieben Kommentar sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Falls ihr eine coole Challenge für uns habt, schreibt die doch auch gerne in die Kommentare oder ins Forum, denn es gibt extra so einen Forum-Abteil. Merkt man, dass ich nicht auf dem Forum bin. Anton liest da sehr fleißig, was ihr uns für Challenges wiederum stellen könntet. Und wir freuen uns auf jeden Fall mal wieder, ja, fett abzusauen. Falls ihr mal mehr Action wollt wieder, müsst ihr einfach kreativ sein und eure Challenges mal reinhauen. Vor uns ist noch eine Mario Kart Challenge. Ich glaube, die könnte stressig sein. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020